hallo ihr lieben heute habe ich nur eine kurze ankündigung für euch und zwar möchte ich euch erinnern an den live stream am sonntag um 20 uhr ja ich werde mir ein bisschen was zum basteln hier bereit liegen und werde dann eben ein bisschen nebenbei basteln und natürlich werde ich euch eure fragen beantworten und wenn ich merke das klappt nicht so gut mit dem basteln und gleichzeitig fragen beantworten dann lasse ich das mit dem basteln und wenn wir aber alle irgendwie schön so im basteln sind und gar nicht so viele fragen sind oder so dann werde ich eben mit euch basteln ich möchte das alles noch mit absicht so ein bisschen offen lassen und dann eben am sonntag gucken wie es funktioniert ok das war schon ich hoffe ein paar von euch sind am sonntag mit dabei und sagt bis sonntag